Glückwunsch an Wehm! Das war natürlich ein Spiel, was auch hätte anders ausgehen können. Ich denke, dass Wehm vielleicht die erste Phase im Spiel bestimmt hat, ohne dass eigentlich große Chancen auf beiden Seiten waren. Dann gibt es halt diesen Standard, der dann reingeht. Also ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob das ein Freistoß war. Und dann hat sich natürlich das Spiel so ein bisschen gedreht. Wir hatten dann schon die eine oder andere Situation, um vielleicht auch den Ausgleich zu machen. Also es waren ein paar Ansätze da, aber nicht so richtig zielstrebig. Und wen hat er natürlich immer auf diese Unschaltsituation gelauert. Da mussten wir schon noch hellwach sein. Aber insgesamt war die erste Halbzeit nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Also es war schon ein bisschen, ja, ängstlich ist vielleicht das falsche Wort, aber nicht so entschlossen, wie wir das dann in der zweiten Halbzeit gemacht haben, wo wir deutlich aktiver rausgekommen sind und auch eine Vielzahl von Möglichkeiten hatten, um den Ausgleich zu machen. Der ist uns dann nicht gelungen. Klar hatte Wehm dann auch, ich glaube, nochmal eine große Chance, wo wir auf der Linie klären. Und ja, haben dann natürlich hinten kompakt gestanden und haben dann auf die Situation gelauert, die dann entstehen. Und so ist dann halt auch kurz vor Schluss das zweite Tor gefallen. Es ist natürlich sehr ärgerlich, dass wir aus diesen Möglichkeiten, die wir hatten, auch gegen eine kompakte Mannschaft, dann eben das Tor nicht gemacht haben. Da hat halt einen Tick gefehlt. Und auch auf eine Art und Weise war ich dann mit der zweiten Halbzeit schon noch einverstanden, dass wir insgesamt von der Körpersprache, von der Aggressivität da deutlich besser im Spiel waren. Und müssen uns natürlich dann auf Strecke belohnen. Ansonsten wird es natürlich schwierig in dieser Liga, wenn man dann keine Tore macht. Und bei Standards immer, ja, hier und da wackelt und durch Gegentor reinbekommt, dann wird es schwer Punkte zu holen. Aber ich denke, wenn wir die zweite Halbzeit so mitnehmen und das noch nicht in Betracht legen, dann sollten wir letzte Woche, am Sonntag gegen eine gute und unterhalte Mannschaft trotzdem in der Lage sein, auch gleich mal drei Punkte zu holen. Bis zum nächsten Mal.